Musik 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 Jo Leute Willkommen zu einer Folge mit Turboboy Hallo ihr Geniesser Sie sind Geniesser Von Von Youtube Konsum Oder Ja Zu viel Äh Der Doktor hat festgestellt Oh nein Oh nein Was ist das für eine Kack Waffe So Neues geht und neue Waffe Los gehts Der kommt mit Friedensstifter Ich rasiere dich Mit meinem Friedensstifter Wieso heisst denn das hier Friedensstifter Wieso heisst denn das hier Friedensstifter Wo warst du Der campt einfach Nein Ich habe gewartet Wusste ja eh dass du hoch kommst Alles klar Nächste Waffe Nächstes Glück Weg So Jetzt komme ich mit der Waffe die meinem Element ist Oh nein Nein Und zwar Hehehe Hehehe Der eigentliche Grund dieses Videos ist Für ein kleines Let's Talk Was ihr für Spiele wollt Ich habe zur Ich habe Ich werde die Liste wahrscheinlich in der Videobeschreibung packen Arma 3 Batman Borderland 3 Sequel Ehm Call of Duty Multiplayer Story Also Black Ops 2 Story Multiplayer oder Zombies Ja Nochmal eine Wir kommen von hinten Ja dann Bausimulator Soll ich aufs Spiel konzentrieren Ähm Soll ich aufs Spiel konzentrieren Ja Warte Äh ja äh Hehehe Don't stop Follow New Vegas Boris Gary Smod Ähm Hitman Norton Combat X Da bin ich scheisse Ferraria Python Ball Trobe Und XCOM Unknown Enemy Oh nein Ihr könnt entscheiden was ihr wollt Und was ihr wollt Das mache ich Ja Du bist gestunnt Nicht mehr So Ich hole dich Immer wieder Ja und ich hole dich jeden Tag runter Ja du bist Du Ja Ja ich glaube ich mache nach dieser Runde gleich fertig Damit es wird nicht zu lang werden Dann Lassen wir das Display einfach noch So weiter laufen Als normales Display Wie es so typisch ist dass ich gegen ihn verliere Das ist für mich schon verstanden Er campt einfach Nein ich bin gerade da gespawnt Du hast gewartet Eben ich habe nur gewartet und nicht gecampt Wo ist dieser Sauhund Wo ist dieser Sauhund Yo Und als nächstes kommt wahrscheinlich noch der Rest von diesem hier Genau der kann einfach seitlich an der Wand stehen aber sonst geht es dem gut Und Ähm Ja Der Rest von dieser Folge Und dann Kommt noch Also der Rest von dieser Folge und dann kommt noch Aber es ist noch nicht vorbei Bereit machen für die nächstes Yo Jetzt schaut ihr diesen Kill an Und Und Plopp Hast du das gesehen Operationseinsatzpunkt wird gewechselt Jo Leute also Bis zur nächsten Folge Ciao